hallo freunde filmunterhaltung herzlich willkommen zu meiner filmbewertung zu dem film megatropolis in diesem film geht es um eine fiktive stadt namens new rome und ja dieses new rome ist so eine mischung aus ja alten rom aber in der heutigen zeit transportiert so kann man das ungefähr sagen viele dinge wurden zwar übernommen aber trotzdem haben die es in sprung der moderne geschafft aber diese stadt hat so ihre probleme und ja dann kommt der architekt caesar also auf deutsch caesar tatsächlich ähm katalina und der möchte gerne diese stadt einen neuen vibe verpassen er möchte die stadt zu einer utopie machen und ja zu etwas ganz großem zu etwas ganz neuen machen und dieser caesar wird gespielt von adam driver den viele ja zum beispiel als kylo ren aus star wars kennen dann was aber den aktuellen ja bürgermeister franklin cissero absolut gar nicht gefällt und dieser franklin cissero den kennen auch viele den schauspieler denn er wird gespielt von john carlo esposito ja den kennen natürlich viele aus den ja breaking bad universum und natürlich vielen anderen filmen mittlerweile wo der mitwirkt also der mann der scheint wohl auch zeit zu haben ohne ende also tash wirkt auch in sehr vielen sachen mit ja und ja die beiden geraten dann natürlich aneinander was auch so ein bisschen merkwürdig ist denn die tochter julia cissero gespielt von natalie emmanuel die man zum beispiel aus the fast and the furious 7 zum beispiel kennt ähm die hat ein auge auf ihn geworfen was ihren vater natürlich absolut gar nicht gefällt und ihr vater er ist auch sehr toll vernetzt also sachen korruption und solche sachen sind für ihn natürlich an der tagesordnung und ja er setzt natürlich alles daran dass caesar seine ideen auf gar keinen fall umsetzt weil er möchte schön dieses alte ja alte mit diesen leicht neuen sachen möchte er gerne behalten und möchte da auch wirklich gar nichts dran verändern und ja somit kommen die beiden absolut immer wieder in konflikt und ja bis es sich da die ganze situation dann immer weiter und immer extremer zuspitzt ja so kann man das ungefähr sagen dieser film ist absolut schwere kost also nicht nur dass er über zwei stunden geht sondern auch von der story es gibt da so viele sprünge und so viele ja wo man sagen könnte ist das ein fiebertraum dies und das also ich muss sagen ich habe den film jetzt beim ersten gucken nicht wirklich hundertprozentig nachvollziehen können weil das wahrscheinlich ein film ist jemand wirklich so zwei drei viermal gesehen haben muss um den wirklich in seiner ganzen facette zu verstehen und auch genießen zu können also das ist mal wirklich wieder so ein film der ja schon so ein bisschen extrem schwere kost ist und das jetzt nicht einfach so ein 0815 hollywood popcorn kino ist wo man den film einfach nur sich hinsetzen und genießen kann sondern bei dem film muss man wirklich auch ganz genau aufpassen weil da sehr viele sachen auch zwischen den zeilen passieren eine interessante anmerkung muss ich zu dem film auch noch mal geben und zwar der regisseur der Francis Ford Coppola der auch für einige monumentalfilme halt auch schon zuständig war ähm der hat sogar teile seines weingutes verkauft um das budget für diesen film ähm aufbringen zu können weil er wollte sich von keinem studio so wirklich reinreden lassen und ähm wollte den film so umsetzen wie er den für richtig hält und hat dann auch wirklich nicht daran gegeizt bei sich Geld anzutreiben beziehungsweise mit seinen verkäufen von seinem weinen und wahrscheinlich auch noch diverse anderen sachen ähm ja das geld für den film halt heranzuschaffen wo ich sagen muss ey dafür braucht man schon wirklich eier also das macht man nicht mal eben so dieser film ist wirklich auch einzigartig was so ähm visuelle effekte angeht also ähm was ja teilweise für komische verschwimmungen und sowas alles da drin ist da muss ich sagen also puh also da haben auch einige visuelle leute da wirklich ganz schön ähm für arbeiten müssen glaube ich also da gibt es keine großen biff baff und bumm effekte aber so ähm ja so sachen die so wo es dann so aussieht so ein fiebertraum oder so etwas solche sachen geht das dann in diese richtung und ja es ist interessant auf jeden fall anzusehen aber es macht den film jetzt nicht unbedingt einfacher zu verstehen außerdem kommen da noch viele andere interessante schauspieler vor wie zum beispiel ähm ein Shia LaBeouf und sogar ein Dustin Hoffman ist mal wieder dabei ähm ja die sind zum beispiel auch da in diversen rollen da vertreten wo ich jetzt aber nicht näher zu eingehen möchte weil wie gesagt also manche sachen habe ich da noch gar nicht so wirklich verstehen können also man sieht den film wirklich an dass da wirklich sehr viel auch auf die schauspieler gelegt wurde denn ähm ich habe jetzt keinen schauspieler schauspielerin gesehen die jetzt nicht hundertprozentig abgeliefert hat und auch ein Adam Driver kann da wirklich mal wirklich mal so richtig zeigen was er kann da er so viele ja sag ich jetzt mal facetten in diesem film spielen muss da ähm wird ihm doch auch einiges abverlangt was er aber zu 100% super umsetzt ja und damit ich bei meinem nächsten filmbesuch nicht ähm ohne snacks ins kino gehen muss gibt es jetzt erstmal ein bisschen werbung Hallo Freunde der Film und Gaming Unterhaltung hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es alles von eurem Content Creator T-Shirts Hoodies Tourenbeutel und noch vieles vieles mehr und natürlich die Designs von Arts Expert also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause hier könnt ihr frei wählen Größe Farbe alles was ihr wollt also ran da und holt euch den Stuff bis demnächst ja da sind wir wieder ja Megatropolis ein Film mit dem modernen Rom aber halt dann sind die Leute doch nicht so glücklich und der Caesar möchte das Ganze dann halt nochmal umwandeln was aber den aktuellen Bürgermeister nicht gefällt und ja dementsprechend gibt es da diverse Konflikte ja also ich würde sagen der Film ist wirklich sehr schwere Kost ist nicht für jeden was und man muss den Film tatsächlich auch häufiger sehen um den zu verstehen deswegen gebe ich den jetzt erstmal ja so zwischen drei und vier Sterne weil ich werde den mir wahrscheinlich auch nochmal so zweimal oder so angucken müssen um den Film in seiner kompletten Facette zu verstehen ja das war meine Filmbewertung zu dem Film Megatropolis ich weiß auch nicht ich komme immer auf Metropolis deswegen hängt da bei mir immer die Zunge bei ich will immer Metropolis sagen aber nein es heißt Megatropolis wenn euch gefällt was ich mache dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung dort ein paar interessante Links mit denen ihr mich unterstützen könnt ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag bis demnächst 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 Vielen Dank.